ja willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play kino 2 feiern mich beim speichern gesehen ist das feindlich in der letzten folge haben wir schloss disney betreten haben mini bis zum thronsaal begleitet und den ich habe jetzt den namen auf deutsch vergessen die halle des ecksteins hier der eckstein der eckstein aber gefunden weil es tut ihr ein paar dornen umpacken und dem mit dunkelheit füllen und da müssen wir aufhalten und gut wird natürlich die fantastische idee gab dass wir mehr den aufsuchen um ihn um rat zu bieten bieten bitten hat ich habe eine sekunde lang wieder an die verlorene seite gemacht und das hat mich irgendwie fertig gemacht im kopf heute gehen wir da ein das war eine neue episode hinzufügen ja da kann man gleich direkt die verlorene seite machen das heißt wird irgendwie eine katzen oder so kommen würde ich die belohnungen von pust bilder buch sind gut deswegen also ich alles in einen rutsch machen ich glaube ich mache das eis in einem ja machen wir schon schaffen also wenn wir glaube ich werde zurück teleportiert ich habe das das ist mir lebt der tabler ich habe gelernt ein bisschen seit dem ich dich gesehen habe wirklich wach 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 Vielleicht hätte ich es lieber sehen für mich selbst. Mhm, interessant. Was ist passiert, Merlin? Das ist nicht gut. In fact, ich bin Angst, dass es ziemlich ernst ist. Tua. Was ist das? Das ist ein Wettbewerb zu einem besonderen Welt. Niemand in diesem Welt ist responsible für das, was passiert in diesem Kastel. Ich bin sicher. Oh, nein. Wir wissen, dass wir ihn mit dir kommen können, Merlin. Dann sollten wir ihn gehen. Warte mal ein Moment. Die Verletzungen müssen natürlich verhängt, aber es gibt noch etwas anderes zu tun. Niemand in diesem Weltall sollte eine andere Tür, Ich glaube, unsere Enemies benutzen die Tür. Als es bleibt, der Kastler wird in grave gefährlich sein. Listen, Sora. Du musst find die Tür. Und wenn du das, lock die Tür mit deinem Keyblade. Got it? Ja, du, du, du! Und jetzt noch etwas. Du bist in eine sehr besondere Welt. Während du da bist, kann die Natur dieser Welt etwas schmerz machen. Du musst die Temptation auf alle Kosten resistieren. Was meinst du? Du wirst schnell genug wissen. Ich habe Vertrauen in dich, meine Damen. Jawohl, wenn du an uns glaubst, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Okay. Rinder. Okay. Was war eine spezielle Welt erwartet uns? Setze ich nur weiß. Sehe ich schwarz weiß. Hey, schau. Da ist die Lichtstunde. Was ist passiert? Alles ist schwarze und schwarze. Oh, das ist schwarze und schwarze. Was ist passiert? Oh, das ist schwarze und schwarze. Triff eine Arztperson, schwarze und schwarze Kin Maharas. well okay wenn du sagst aber jetzt macht sowieso kein unterschied mehr ob die aufnahme kacke ist nicht weil jetzt hat sich die aufgerüstung ganz geändert das sound nein aber jetzt muss ich mal ganz kurz ich habe zwei irgendwas gelernt es wie bei nein erkenntnis hat aber die tabi aber ich war zurück wir haben zu sagen das war karl oder wieder nun wenn das du ich will aber irgendwas anders an ihn als sonst okay wenn ihr was ausbilder muss ich weiß nicht was für eine weltwehr sind aber wir können kann nicht so einfach davon lassen trotzdem ist das alles sehr merkwürdig wie ein eckschein des lichts und überhaupt ein loch wie ich dazu ausblendet eine schöne welt die schwarz weiß welt aussehen als gar in 50 an weiß nicht aber zum 50 an in den 50ern lauf kamen schneebittchen schon raus also muss das noch hinter 30 jahre geniebittchen schon raus das sind wir auch ja mein kopf ist das sehr er bekommt schaden und wofür lebt sich jetzt schon ein dass wir von seinen schildern und damit haben wir ihn gerüstet wir wissen, was nicht so gut ist hier sind Sie sicher, dass du Pete bist? natürlich, ich bin Pete ich bin Captain von der Steenboot also, stop bothering mich, see? also, auf der Straße ich muss nachdenken, den kleinen Rutt, der schweigte mein Boot natürlich, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht ich beginne zu denken, das ist das gleiche klingeln called in the heartless alter man carlo warum macht überhaupt keinen sinn ah time was will war der fluss der nostalgie sehr schön ich war mir sicher dass karl der übertäter ist ja aber es wäre auch einfach gewesen zu einfach meine güter da kommt versuchen wir sein dampfschiff zu finden das haben wir versprochen was schon wir müssen auch noch diese tür fände ganz genau ich sehe keine tür weit und breit was ist das ein fenster so was ist mit der los kennst du keine türen und fenster eine sache davon schließt so dauernd auf oder zu es ist nicht da ist nicht zu denn okay wenn ihr jetzt im moment hier raus geschnitten werden wird nicht allzu verwirrend gewesen was war das denn herr so gehen und wer kamen das bedeutet aber noch mal angucken vielleicht sollten wir durch eine von diesen fenstern gehen muss dann gehen wir uns wieder erzogen was dann darüber machen wir uns dann gedanken ich habe keine ahnung was wir machen sollen aber machen wir es einfach weil es wird funktionieren ich habe ja trugen sehen da ist der truhr wie konnte ich die noch übersehen was du los mit mir sie war nie später ausgesprochen wird aber da rein hier sieht das noch von donald siegale herz und bevor es größte boden stürzt online also für die ganze familie sechs jahren okay aber jetzt kann die spiele mal kurz ein seines kristen er kann auch schwer sein später stark die luftkämpfer luft zu kämpfen ist richtig geil neben schwer also schwer werden aber ja nicht geschafft baden donald muss daran glauben okay you absolutely you've managed to feel at everything and what you foolishly thought you could take my place while I was a way well as of now your finished mark my words there'll be no place for you when our time comes in the soul und ein geschimpft da war wohl jemand verärgert verstehe das nicht erklär mir dass jemand das ist erstmal die ganzen herz uns beteiligen jetzt sowieso alles richtig aber wir müssen noch drei andere stellen überprüfen ja immer als nächstes was hat hier noch mal schlimmste ist das daneben ich habe mich ein paar level hier haben also 1 so wie sie alle jetzt auch so ein schuss dabei das mobile warum jetzt nicht so als wären die nehmen auf dem spiel ich habe manchmal oh god marika von anti destruktor ich weiß nicht mehr was das war noch eine cut sie Oh Gott! What I would give! Not shit Hey, I think that's my... Okay Die Tür sieht irgendwie vertraut aus. Ich glaube, das ist die Tür, die Merlin herrgezauert hat. Natürlich weiß Kofi wieder was los ist. Dann fühlt sich also direkt hierher. Sicher, ich denke schon. Dann wollen wir doch mal sehen. Wenn Kofi schon Bescheid weiß, dann ist mal ein gutes Zeichen. Antidestructor. Es werden von Vita auf sich selbst. Ja, damit... Also werde ich jetzt nicht mehr, wenn ich mich heile, werde ich nicht mal unterbrochen werden. Irgendein Angriff und so. Ja, da ist wichtig. Warum weiß Kofi alles Bescheid? Es ist immer gleiche. Donut... Zora und Donald. Ich bin immer voll verwertet und goofy. Ach, das ist deswegen. Mein Gott, ey. Da werde ich mal beobachten. Oh nein. Das ist eine King Kong Anspielung. Ja, der Erzten und Beschützer dabei die Stadt. Okay, was war der? Duft, 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 duft. Der Patrie mehr Angriff. Ich war ein War of the Monsters. Geist das Beispiel. Also Riesenmonster spielen konnte und sich in der Stadt kloppen. muss da wollte ich auch mal jetzt wenn aber ich habe das scheint gar nicht mehr ich habe lange offen noch ein gulliver kanon aktivieren lieber der riesen werden strand weil wir noch mal jetzt sagen hier ist er das vielleicht war aufpassen weil so ein stimmig schmetten sollte man besser nicht fliegen also da ist beinahe wofür kann das kommt sehr gut jetzt müssen wir auch noch schaffen glaube ich hier stellt uns die hand zeigt auch wiedersehen und ruf gesagt da sag ich doch voll copy paste hier alles das faszinierend das ist ein portal zu der Ah, ja, das war das strangeste Ding. Stopp gawking. Und beginnt zu denken von einer Art, wie wir es nutzen können, um unsere Vorteile. Okay. Jetzt, vielleicht kann ich dir eine weitere Chance geben, um sich zu retten. Oh, danke, danke, du kannst mich beteiligen. So, was ich mache? Patience, mein Lieber. Was haben wir hier? Wo, wo, wenn es nicht der Körnerstunde der Lichter ist? Hm, jetzt können wir den Kastel von diesen Fohlen, aber wir müssen mit dem Aufmerksamkeit bewegen. Wieso das denn? Wie sie doch böse, ihr könnt machen, was sie wollen. Nicht so wie wir, die an Regeln gebunden sind. Malefetz. Das war eine Vierze, der Album steckt man auch, aber klar. Wollen wir mal sehen, wenn diese Türen in die Vergangenheit führt. Nein, 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 sie führt hierher. Hm? Da bedeutet das, dass wir uns in der Vergangenheit befinden? Wow. Wow. Wenn wir also in der Vergangenheit sind, dann können wir die Zukunft verändern. Einen Moment, ihr beiden. Wisst ihr noch, was Merlin gesagt hat? Er vertraut fest auf uns, dass wir in dem Versuch, um jeden Päusler stehen müssen. Ich habe auch noch Spaß gemacht. Wir werden schon die Zukunft verändern wollen. Pfff. Wer will schon Weltkrieg und all sowas verändern, ne? Also, was wollen wir tun? Die Türen schoben, Donnerwetter, mir auch der Kopf. Ja, weil wir wissen, dass wir auf die richtigen Pferde sind. Er will schon die Zukunft verändern. Ja, er will schon die ganzen schrecklichen Ereignisse und soja verändern. In Burg, der 1. September, wenn das verändern. Warum war Micky so ein Trottel? Wenn es in der Vergangenheit gibt, ist es dann auch total Profi noch mal irgendwo hier. Aber man muss sich mal jemand Gedanken machen. Egal, er ist also ein Fan dabei, dass das Haus anfängt zu brennen, nämlich an. Abbrennt. Okay. Das war mal, indem er verdammte Feuerwehr kaputt schlagen. Ja, und hier sind die nervigsten Viecher von allen. Die Hälfte verloren haben, dann nochmal, das löscht jetzt nicht. Ja. Also, hier sind Musik, warum man muss sie in diesem blöden Anruf machen lassen. Das war noch so ein Auto. das ist ja luftangreifen ich habe luft kombiniert hat man da auch da muss nein ich habe schon versagt also so beschissene gegner das ist die fdp dann haben sie diesen angriff sind nicht getroffen werden können da muss ich warten wenn man immer wieder auf von der fisch sagt da ist mal sogar echt 1 2 1 oh mein gott ich kann ja okay ist die faktenheit also okay und die zähne und dann speichern ja listen well on the other side of this portal they're about to begin construction on that wretched castle but until then their treasured cornerstone of light lies unguarded with all of its powers still contained the cornerstone of light yes that cursed sphere is the very Das ist alles, was uns in die Stadt zu verhindern. Oh. Du wirst wissen, was er zu tun? Uh. Geh dann. Es ist Zeit, um deine Werte zu zeigen. Und nicht auf mich wieder zu verlieren. Nicht zu verlieren. Mal sehen. Das ist alles. Ich muss nur die Körnerstunde in die Schminderhäuser schlafen. Aber erst muss ich meine eigene Waffe zurückkommen. Ich habe die Tür gepasst. Es war ein bisschen klein. Die Tür war also. Es war Pete, nachher all. Ja, wer hat die Tür gepasst? Aber es war immer noch etwas, was er sich nicht genau so ist. Hm. Er war Pete, mit uns hier waren etwas Geschwister. Aber er war nicht so schlecht. Was? Jetzt ist die Kastel so gut wie wir uns. Das ist die Kirche, die wir wissen. Oh nein! Die Kasteln sind so gut. Die Kasteln werden die Kasteln mit Schmerzen geschehen. Wir müssen uns aufhören. Hey! Halt es dort! da kann es nach acht minuten ja den pappen wir sehen uns dann in der nächsten folge ging gerade zwei feine links ich bedanke mich als zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge